Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt, wie Menschen urteilen. Ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig, denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt. Und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du? Der, von dem ich bereits gesagt habe, dass ich es bin. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat, birgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts im eigenen Namen tue. Sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat, zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wir sind Abrahams Nachkommen. Und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe. Und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, die ich von Gott gehört habe. Aber warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Amen, Amen, ich sage euch, wer an meinem Wort festhält, wird auf. Ewig den Tod nicht schauen. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Euer Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Er sah ihn und freute sich. Du willst Abraham gesehen haben? Amen, Amen, ich sage euch, noch er Abraham wurde, bin ich. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020